Äh, so hallo, kleine Aufnahme Fortnite mal wieder, ist tatsächlich schon wieder einige Tage her, denn die neuen wöchentlichen Aufträge sind da und dafür kriegen wir dann die restlichen Schnipsdinger. Ähm, gibt aber scheinbar nochmal neue in drei Tagen, okay, wie auch immer. Jedenfalls können wir mal gucken, ob wir was Wichtiges zu tun haben. Ich hab selber noch nicht reingeschaut, ach guck, zusätzliche wöchentliche in drei Tagen. Äh, gibt's da nochmal in Woche 13, okay, ja, ist egal. Ähm, Kopfschüsse mit Erstschussschrotflinte, fünf Stück, also wir brauchen die Erstschussschrotflinte, okay, das sollte hinzukriegen sein. Spielern, Spielern, Schaden mit Sägeblattwerfer, oh Gott, kein Fan von der Mission. Wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ach shit, man braucht alle, okay. Ja, man braucht alle. Also muss ich die irgendwie hinkriegen und hier steht Spieler und nicht Gegner, das heißt, den Wolf kriege ich hier nicht. Vielleicht haben sie es mittlerweile gemerkt. Ähm, lande im Verlauf eines Matches bei Fetziger Forst oder Fungifam und begib dich dann nach das... What? Folge der leuchtenden Energie des Nullpunkts. Wohin soll ich? Also bei Fetziger Forst oder Fungifam landen, ja, das ist hier. Und begib dich dann nach... ...das Leuchten. Ich soll hier landen. Das habe ich verstanden. Aber wo ist das Leuchten? Das Leuchten. Ich habe keine Ahnung. Ist das das Leuchten? Der Baum? Weil Folge der leuchtenden Energie des Nullpunkts? Oder ist es hier? Weil hier ist doch der Nullpunkt. Keine Ahnung. Ist es wurscht. Wir werden es rausfinden. Löse Rollbrocken sechsmal. Hurra. Sammle Barren bei Lazy Lagoon ein. Geht das überhaupt noch, wenn man schon 5000 hat? Ich muss mal wieder welche ausgeben. Treff Gegner mit einer Zweischuss-Schrotflinte zehnmal. Okay. Gegner. Das heißt, kann ich mit Wölfen machen. Zähl mir Wildtiere im Verlauf. Drei Stück. Ja, okay. Gut. Und wir haben theoretisch auch noch den blöden Riss. Das mache ich aber auch mit einem Wolf. Versuchsweise. Okay. Ich mache mal die Kategorie als Verfolgen. Nein, die ganze Kategorie würde ich gerne verfolgen. Zack. Und dann schauen wir mal, was passiert. Bis gleich. So. Wir legen los. Und versuchen dann doch auch gleich mal. Da zu landen. Wo dann auch immer dieses komische. Das Leuchten ist. Aber vielleicht erfahren wir es ja gleich. Wenn wir dort gelandet sind. Oh Gott, ich erschrecke je... Bei diesem Gleiter erschrecke ich jedes Mal, ne? So. Ach, ich habe die Musik vergessen. Mach mal gleich. Ich kümmere mich noch drum, wenn wir mal eine ruhige Minute haben. Ich meine, ich nehme an, man soll... Oh, shit. Reise nach das Leuchten. Ja. Nur wo ist dieses das Leuchten jetzt? Das ist doch die Frage. Ach, komm schon. Wer ich jetzt schon besucht hier... Wo ist denn der Typ oder die Typin oder wer auch immer? What the heck bin ich gerade echt? Bist du irgendwie doof? Alter. Ja, eigentlich kann man ihn ja auch einfach lassen, ne? Ich meine, wir haben kein Interesse an ihm und er hat scheinbar auch kein Interesse an uns. Dann ist das doch in Ordnung. So. Dann machen wir mal kurz das hier und ich gucke mal, ob ich jetzt das Leuchten angezeigt bekomme, wohin ich da muss. Ah, okay, es ist einfach der Nullpunkt. Okay, es ist einfach der Nullpunkt. Okay, jetzt hat er doch Interesse. Oder ist es jemand ganz anders? Gott, ich kann gar nichts mehr, ne? Alter, ich bin gerade richtig bad. Ich bin gerade richtig bad. Okay. Das ist dann auch mal passiert. Was ein weirder Typ. Was ein richtig weirder Typ. So, wir brauchen aber ein bisschen Munition und so weiter, ne? Schild ist noch voll. Joa. Okay, aber wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Wäre das denn aktuell... Ja, es wäre sogar aktuell drin. Okay, ich setze das hier einfach mal jetzt hin. Ja, hier ist auch nichts. Doch, munitionstechnisch ist hier ganz gut gewesen. Okay. Dann begeben wir uns Richtung das Leuchten. Da haben wir gleich das erste Tier, was wir bändigen. Sehr gut. Wenn ich noch weitere finde, können wir gleich weitere bändigen. Nummer 1 von 3. Das passt erstmal. Das passt erstmal. Achso, wir wollten Musik, ne? Sorry. Kyumu-Playlist. Lautstärke runter. Zack. Let's go. Oh, wir können gleich mal den ersten Rollfelsen lösen. Wenn wir schon dabei sind. Aber man muss ja auch nicht... Ich habe immer so diesen Drang, dann alles auf einmal zu machen, ne? Dabei ist das völliger... Oh mein Gott. Dabei ist das eigentlich ja grundsätzlich völliger Quatsch. Oh, yes. Oh, yes. Oh, und da wir... Mh... Na, komm. Wir nehmen sie mal mit. Wir nehmen sie mal mit. Vielleicht können wir gleich Schaden machen, aber ich glaube es fast nicht. Oh, zweiter Felsen. Sehr schön. Munitionskiste, die müssen wir auch mitnehmen. Oh, da ist mehr wie Munitionskiste. Okay, DMR, ne. Das ist soweit in Ordnung. Oh, neues Tier. Perfekt. Mach's gut. Nummer zwei. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Du nicht so. Nummer zwei. Jetzt noch ein Tier finden, dann hätten wir das gleich weg. Mit den Dreiteln hintereinander. Aber wir sind auch gleich am Nullpunkt angekommen. Sehr gut. Was wollen wir denn mehr für die erste Runde? Das ist so ein Scharfschützen-Ding. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sehr gut. Bin gespannt, wie nah ich ran muss, bis es zählt. Nice, da haben wir's schon. Optimalo. Okay. Jetzt wäre ein drittes Tier noch cool, dann hätten wir das auch gleich weg. Okay. Oh shit, hier ist Darth Vader. Da will ich ja mal gar nicht hin. Aber und die Munition nehmen wir gerne mit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da drüben fliegt einer. Hoppala. Wollte nicht, dass du dir in den Kopf stößt. Tut mir leid. War keine Absicht. So. Haben wir eigentlich Ton? Hört man mich reden? Ja, okay, man hört mich reden. Ich hätt's mal wieder nicht kontrolliert am Anfang. Deswegen war ich mir jetzt etwas unschlüssig. Es hätt ja alles sein können. Ach, das ist ne... Oh lol, direkt bei uns. Okay. Auch nicht schlecht eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Die Frage ist nur, eigentlich will ich's ja gar nicht. Ah. Zum Gewinnen wär's cool. Aber ich hab halt keinen. Na komm. Aber ich... Ich hab keinen Platz für das ganze Zorn. Naja, komm. Wir behalten mal nur das Seilfengewehr. Machen wir's mal so. Eigentlich würde ich ja die Säge normalerweise nicht mitnehmen. Dann hätte ich Platz für zwei Waffen. Aber, naja. Das ist eigentlich blöd, was ich jetzt mache. Weißt du, ist da drüben noch ein Tier? Oh, der hat jetzt schon keinen Bock mehr. Dann vielleicht finden wir noch unser drittes Tier. Das wär so mein... mein Ziel gerade. Oh shit. Hat sich erledigt mit drittem... Oh nein, jetzt hab ich den... Naja. Es tut mir leid, Kollege. Ich krieg dich hier leider nicht mehr raus, glaub ich. Aber wir kriegen den Felsen hier noch losgerollt. Ist das noch irgendwo ein Felsen? Zufällig in der Nähe? Nee, ich glaube... Oh mein Gott, hat's... Aber der ist jetzt... Ah, der ist jetzt ungünstig. Oh, kriegen wir den Typen, der da gerade auf dem Tier unterwegs ist? Wird schwierig, ne? Ah, schwierig. Ah, schwierig. Oh mein Gott, hat's den erwischt? Ne, hat ihn nicht erwischt, ne? Hab ich Schaden mit dem... 60 hab ich gemacht, okay. Okay, 60 Schaden, aber das mit den Tieren haben wir uns nicht geschafft. Weil die Tiere müssen in einer Runde sein. Das andere kann sich stacken. Das andere darf sich stacken. Okay, das Leuchten haben wir auch gemacht. Also, ein bisschen was haben wir. In die nächste Runde, let's go. So. Wir sind wieder unterwegs. Ähm... Ist eigentlich jetzt egal, wo wir landen, ne? Es gibt jetzt keinen... Ach doch. Lazy Lagoon, Barren einsammeln. Let's go. Dafür muss ich aber erstmal Barren ausgeben. Dafür muss ich erstmal Barren ausgeben. Kann ich bei Lazy Lagoon Barren ausgeben? Weiß es nicht. Dafür brauche ich irgendwo einen Shop oder sowas, aber es wird es da schon auch geben, normalerweise. Wir werden schon eine Möglichkeit finden, hier Barren auszugeben, wa? Wir werden schon eine Möglichkeit finden. Gut, aber erstmal gibt's hier eh keine Barren zu finden. Ja, solange wir noch nichts anderes dabei haben, können wir das ja mitnehmen. Okay. Ja, da unten ist ein Verkaufsautomat. Sehr gut. So, vorsichtig. Aber bisher hätten wir auch eh keine Barren gefunden. Ob, es hätten wir eh noch keine Barren gefunden. Das ist natürlich eh nicht so geil. Aber erstmal wurscht. Ich hab jetzt den Mais mitgenommen. Mir mein Maschinengewehr wieder. So, und hier ist der Automat oder was? Ja, sehr gut. Okay, ähm... So, jetzt hab ich 100 Barren ausgegeben. Jetzt muss ich 100 Barren wiederfinden. Oh, ne, schade, Striker Pumpgun. Aber ist auch nicht schlecht. Aber nicht das, was wir halt zu... Oh, shit, da drüben sind überall welche. Nicht so ganz meins. Oh mein Gott. Das ist ja göttlich. Sind das nicht gleich 100 Barren oder so? Ja, easy. Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Munition. Oh, perfekt. Mehr Schilde für uns. Nein. Nicht den Dings da, den da hier. So. Prima. Okay. Jetzt... Welche Missionen gibt's jetzt noch? So. Das machen wir jetzt nett. Wo denn? Da drin, oder was? Feuerfaustpistole. Granate. Ja, bevor wir das Blech mitnehmen, können wir die Kollegin mitnehmen. So, das ist natürlich richtig. Aber wir brauchen halt eigentlich... Andere Waffen. Für unsere Missionen. Nämlich die Zweischuss und die Erstschuss. Das ist alles nichts, was wir brauchen. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay, wir sind sehr nah dran. Ach, scheiße! Das war ne Wache. Das war nicht so gut jetzt. Jetzt sind die ganzen Wachen wieder gegen mich, ne? Tja! Hast du dir so gedacht? Hat der vielleicht zufällig eine Waffe, die wir benötigen? Da hat nämlich einiges gedroppt. Ja! Das ist wovon wir reden. So, mit der Ding... Mit der müssen wir Kopfschüsse machen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Es tut mir leid. Oh mein Gott! Und die auch! Der hat... Wo, 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 wo? Mit der müssen wir normal treffen und mit der anderen müssen wir Kopfschüsse machen. Wer hat jetzt geschossen? Wo ist der Typ? Scheiße! Oh mein Gott, ein Taschenriss. Scheiße! Oh mein Gott, ein Taschenriss. Das war Kopfschuss. Nice. Nice, 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 nice. Sehr gut. So, mehr Kopfschüsse. Optimal. So, mit der müssen wir normal schießen. Mit der müssen wir jetzt ganz normal schießen. Oh, ich bin hier gelandet. Oder was genau war mit der? Ja, triff Gegner. Einfach schon 7 von 10. 8 von 10. Easygoing. Ja, jetzt werden wir ganz kurz von der Zone ein bisschen malträtiert, aber das ist okay. Wir kommen ja gleich wieder raus. Sehr, sehr, sehr schön. Da haben wir gleich noch einen Felsen. Wunderbar. Finger von 6. Es sind auch mehr Felsen, glaube ich, gewesen als nur der eine. Und das war nicht so klug. Und das Gute ist, ich wollte gerade sagen, wir sind direkt wieder an der nächsten Zone. Also, hier ist alles cool. Hier ist alles super easy und cool. Da drüben sind welche. Oh mein Gott, die blaue Kiste. Da muss ich dann doch mal kurz anhalten. Wo ist er? Da oben. Nein, ich habe gar nicht. Wir müssen uns schon. Nice. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns schon an den. An die Geschichte mit der Waffe halten. Damit haben wir alles mit der 2-Schuss-Schruttwinte auch erledigt. Prima. Schade. Ich dachte, vielleicht klappt es noch. Weil ich habe eh gesehen, dass das mein Ende wird. Okay, aber wir haben die Missionen, die ich machen wollte. Sehr schön. Damit geht es in die nächste Runde. Bis gleich. Und es geht auch schon wieder weiter. Ich möchte jetzt am besten, am schnellsten gleich mal die Geschichte machen mit den Tieren. Und dafür wählen wir uns die gegen Tier aus. Hier gibt es nämlich immer relativ viele Tiere. Das sollte also eigentlich ganz gut laufen. Hoffe ich. Wir sind hier noch nicht alleine. Schauen wir mal ein bisschen mehr so da rüber. Oha, wir haben gerade den Shillong-Drachen. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Oh mein Gott, gleich eine blaue Kiste. Gleich eine blaue Kiste. Zwei blaue Kisten. Okay, das ist sick. Okay, das ist... Übertrieben sick. Wow. Die kam weg. So, dann kann man die noch öffnen. Ja, gut. Ähm... Was wollte ich, Tiere? Oh shit. Wer will's wissen? Ja. War nicht deine beste Entscheidung. Ne? Hast du selbst gemerkt. War nicht deine beste Entscheidung. Okay, die ersetzen wir. Zack. Sehr schön. Da hat gerade einer reingerannt. War ich das richtig gesehen oder nicht? Scheinbar habe ich es nicht richtig gesehen. Okay. Aber wir könnten eigentlich kurz reinrennen. für Munition und so weiter immer schön. Oh, für Schild auch. Jawohl. Zack, zack, zack. Prima. So. Also, Tiere und Felsen würde ich gerne erledigen in der Mission. Tiere sind gleich da oben, wenn ich nicht alles täuscht. Die Wölfe nämlich meistens. Da ist ein Felsen. Das ist 5 von 6. Das ist 5 von 6. Jawohl. Da ist der Wolf. Oh. Ach, scheiße. Ist das schon wieder eine Waffe? Ne, 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 ne Dings? Ne Wache? What? Weil der so ein Fragezeichen hatte? Hä? Ah ja, das ist eine Wache tatsächlich. War der nicht. Lol. Was ist denn da los? Ach, hat der die Wache angegriffen oder was? War wahrscheinlich. Egal. Wir machen einmal schnell 6 von 6. Und dann haben wir das. Dann bändigen wir einmal schnell, dass wir hier erstmal in Ruhe, in Ruhe uns wieder heilen können. Das hat nämlich gerade ziemlich weh getan. Ei, ei, ei. So, jetzt können wir schon mal das Ding durch ein Salvengewehr ersetzen. Nice. Zweites Tier. Bleib hier. Bleib hier. Nein. Lass den in Ruhe. So, sehr schön. Okay, ähm. Alter. Gerade waren wir noch Freunde Freund. Äh, ja. Ne? So, dann kann man hier kurz wieder unser Schild auffüllen. Oder auch nicht. Sehr viel zumindest. Schade. Ähm. Ja. Die Munition nehmen wir noch fix mit. So, jetzt brauchen wir noch ein drittes Tier. Sollten ja auf jeden Fall noch rumlaufen, die dritten Tiere. Hier sind ja immer, wie gesagt, ganz viele Tiere. Deswegen bin ich ja hier. Ja, perfekt. Genau dich will ich. Du füllst jetzt nämlich mein Schild weiter auf. Sehr schön. Und da ist mein drittes Tier. So. So. Gut. Haben wir das auch. Okay. Tiere haben wir. Felsen haben wir. Das mit den Waffen haben wir. Wir haben sechs Aufträge. Es fehlt, glaube ich, nur noch der mit der Säge. Richtig. Es fehlt nur noch die dumme Säge. Ja. Guck mal, was wir da finden. Okay. Also dann versuchen wir jetzt. Mit der Säge. Gegner. Ne, Spieler sind es. Ne, es hieß Spieler. Es hieß eindeutig Spieler. Spieler. Schade. Okay. Aber wir hören Schüsse. Vielleicht haben wir Glück und kriegen gleich mal unser... unseren Hack. Oder so. Yes. Ein weiterer Treffer. Wenn auch schmerzhaft. Aber ein Treffer. Wo ist der oder die hin? Schade. Okay, das mit der Säge wird nervig. Aber das ist das Letzte, was wir zu tun haben. Das ist das Letzte, was wir zu tun haben. So, mehr interessiert dann nicht mehr. Insofern. Achso, den Riss haben wir noch. Säge und Riss. Säge und Riss. Aber, wenn wir jetzt wieder ganz ehrlich sind. Da es eh nochmal neue wöchentliche Aufträge gibt. Hat es auch Zeit. Muss jetzt eigentlich nicht immer in dem Part sein. Ne? Reicht für den Part, denke ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.